Anne, lass uns weiter über die Prägung durch unser Unterbewusstsein sprechen und die Steuermodule. Anne, du denkst, du bist ein Opfer deiner Gene in Bezug auf deinen Krebs. Ich stimme dir nicht zu. Ich folge hier der Epigenetik. Der Mensch ist durch seine Gene nicht verurteilt, um sein Leben oder sein Körper zu kämpfen. Zellbiologen zeigen, dass unser Erbmaterial auch ganz anders für uns andere Dinge für uns bereithalten, nämlich Kooperation und spirituelles Wachstum. Und das ist ganz spannend. Du verzweifelst, das verstehe ich, Anne. Derzeit sieht es leider so aus, als wäre der Mensch ein entscheidendes Element der Zerstörung auf dieser Erde. Und das drücken wir auch in unseren Krankheiten aus. Ja, Anne, es stimmt. Da gibt es einen Aral-See, dessen Fläche innert Jahrzehnten drastisch schrumpfte. Es ist klar, dass der Mensch für diese Entwicklung verantwortlich ist. 20 Fischarten sind dort im Aral-See ausgestorben und das ist ein Beispiel einfach für weltweite Situationen. Und ganz ähnlich ist es im Golf von Mexiko geschehen. Also das Öl auf der Wasseroberfläche wurde mit Chemikalien bekämpft. Das haben wir ja schon immer mal wieder erlebt. Doch diese Chemikalien sind giftig. Und innerhalb von einem halben Jahrhundert wird es in den Ozeanen, wenn das so weiter geht, keine Korallenriffe mehr geben. Ja, wir könnten über viele Schandtaten reden von uns Menschen. Wir vergiften unseren Lebensraum und greifen massiv in die Natur ein. Jeder ist in irgendeiner Form daran beteiligt, schon wenn man sich die Zähne putzt, wenn man duscht, wenn man sein Haus putzt, wenn man Müll produziert, Hormone und Medikamente schluckt und sie wieder ausscheidet und in den Kreislauf bringt. Oder wenn man viele Medikamente nehmen muss, weil man unachtsam mit seinem Leben und seiner Gesundheit umgegangen ist. Also du kannst dir hier auch nochmal den Podcast anhören, die 10 Gründe, warum die belastenden Inhaltsstoffe gemieden werden sollten. Ja, wir überwinden diese Probleme als Weltengemeinschaft nur gemeinsam. Trotzdem muss jeder vor seiner eigenen Türe erstmal kehren. Weißt du, Anne, die Möglichkeiten, es anders zu machen, ja, aber jeder Einzelne muss mithelfen. Eine Garantie für das Überleben von uns Menschen gibt es nämlich nicht. Wir stehen vor einer Wahl und wir könnten uns natürlich auch falsch entscheiden. Und das tun wir auch im Moment. Also du weißt, dass ich an die Reinkarnation glaube und ich gehe davon aus, dass wir heutigen schon mal auf diesem Planeten waren und dass wir zurückgekommen sind, um diesmal die richtige Entscheidung zu treffen, um zu überleben. Also die Bewegungen, die wir haben auf politischer Ebene und gesellschaftlicher Ebene sind sehr spannend. Es gibt viele, die andere Entscheidungen treffen wollen. Das heißt aber nicht, dass es auch tatsächlich so ablaufen wird, dass wir überleben, doch es besteht dann eine Chance für uns. Und wenn es uns gelingt, neues Wissen und neue Erkenntnisse zu verbreiten, kann es nach meiner Ansicht auch gelingen. Und daran beteilige ich mich mit meinem Tun, auch in der Arbeit mit dir und anderen Menschen. Und das mache ich wirklich von ganzem Herzen. Nun, was können wir Menschen von unseren Zellen denn eigentlich lernen? Unsere Zellen stecken unter einer Haut. Das wissen wir ja in unserem Körper, wo sie eine riesige Population bilden. Also in unserer Haut oder in unserem Körper stecken 8000 Mal mehr Zellen, als wir Menschen auf dem Planeten sind. Und sie leben auf engstem Raum harmonisch zusammen. Immerhin gibt es in unserem Körper rund 200 verschiedene Arten von Zellen. Ja, jedes Organ hat Zellen, die eine spezifische Funktion ausüben. Und die Zahl unserer vielen Zellen entspricht etwa den verschiedenen Ländern der Erde, wobei es in keinem der Organe so etwas wie ein einheitliches, reines Volk gibt. Jedes Volk der Erde leistet seinen Beitrag an die gesamte Menschheit. Und jedes Organ tut seinen Dienst für die Gesundheit im gesamten Organismus. Und hier wie dort ist man eingebunden und kann sich nicht um das Wohl der anderen nicht kümmern oder hinwegsetzen. Das hat Konsequenzen. Wenn unsere Zellen sich so aufführen würden, wie wir Menschen es tun, würden wir sehr, sehr rasch krank werden. Also die Zellen passen sich ihrer jeweiligen Umwelt an. Dennoch gilt in Biologie und in Medizin das Dogma, es seien die Gene selbst, welche dann das Leben bestimmen. Also tatsächlich ist es gerade umgekehrt. Die Zellen passen sich ihrer Umwelt an. Also hier finden wir immer mehr raus. Aufgrund ihrer Umwelt können sie dann krank werden, aber auch wieder gesund. Zum Beispiel eineige Zwillinge weisen bei ihrer Geburt eine identische Zellstruktur auf. Und mit den Jahren differenzieren sich dann der genetische Datensatz jedoch zunehmend. Und das ist spannend. Je weiter getrennt sie voneinander leben, also in wirklich anderen Breitengraden oder in einem anderen Leben, desto größer ist der Unterschied. Die DNA ist nichts weiter als ein Bauplan. Was wir darin aufgezeichnet finden, muss nicht zwingend dann in die Tat umgesetzt werden. Und jedes Gen trägt in sich das Potenzial aufgrund seiner Umwelt. Und der Interpretation des Bauplanes sage und schreibe, 30.000 unterschiedliche Proteine hervorzubringen. Das, wenn die Sachen würde. Also wenn es so etwas gäbe, würden wir gar nicht geboren werden, da wir bereits im Mutterleib dann an Krebs sterben müssten. Also wohl gibt es aufgrund von genetischen Anlagen eine Tendenz zum Ausbruch von Krebs, aber die Gene verursachen keinen Krebs. Machen wir mal ein Beispiel. HIV-Zellen verursachen kein Krebs, also kein Aids, meine ich. Sie bewirken eine Tendenz hin zum Ausbruch dieser Krankheit. Tausende testen HIV-Positiv, ohne dass Aids bei ihnen jemals ausgebrochen ist. Wir kennen das auch vom Herpes-Virus. Die meisten Menschen tragen ihn in sich. Er ist auch ein Beispiel dafür, wie Viren schön jahrelang in uns leben können. Also wer sich einmal mit dem Herpes-Virus angesteckt hat, bleibt sein Leben lang damit infiziert. Das heißt aber keineswegs, dass er sein Leben lang an dieser Krankheit leidet, also der Virusträger. Bei einigen bricht Herpes dann jeden Monat aus und bei anderen einmal im Leben und das war es dann. Das entscheidende Kriterium hierbei ist Stress. Also wenn wir frei von Stress leben könnten, blieben wir wirklich mehr gesund. Es gibt so drei Stressoren. Der erste Stress ist der Stress durch Pathogene, durch Schwermetalle, durch Strahlung, durch die gesamte Umweltbelastung. Der zweite Stress ist der Stress unserer Regulationssysteme, unseres Fundaments. Das bedeutet unseres Hormonhaushalt, dann unseres Haushaltes, Enzymsystem, Stoffwechsel, Nervensystem, Blut und so weiter. Und der dritte Stressfaktor ist der mentale, emotionale Stress. Also wir hören seit Jahrzehnten von Stress und wir haben ganz viele Techniken dafür entwickelt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die Menschen gesünder geworden sind. Die Frage ist ja, warum ist das so? Der Geist in uns bestimmt die Biologie und die Gene. Doch unser Geist ist auf zwei verschiedenen Ebenen tätig. Wir haben einmal unseren bewusst denkenden Geist, der ist schöpferisch. Und der reicht zurück in die Vergangenheit und er plant auch die Zukunft. Und mit dem denkenden Geist kann man sagen, ich will gesund sein und es in Zukunft auch bleiben. Ja, das ist toll. Doch damit ist die Sache überhaupt nicht getan. Die Sache überhaupt nicht getan. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, Anne. Mit dem bewussten Geist bestimmen wir unser Leben nur gerade mal zu 5%. Das ist auch die deklarierte Absicht, von der wir gesprochen haben. Die verbleibenden 95% werden bestimmt durch unser Unterbewusstsein. Da haben wir einen Autopiloten. Das ist die kontextuelle Absicht, die wir in uns tragen. Und darin gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Unser Unterbewusstsein lebt gänzlich in der Gegenwart. Was wir also als 5-Jährige gelernt haben oder erlebt haben, so wie du, die Situation, dass dein Leben bedroht ist, ist für dein Unterbewusstsein absolut Gegenwart. Die Programme, die hier ablaufen, haben wir von anderen Menschen übernommen. Und zwar, als wir noch Kleinkind waren. Also bis zum Alter von 7 Jahren leben wir in einem Zustand von, ja kann man sagen, einer Art Hypnose. Und laden also fraglos die Programme runter, die uns von anderen übermittelt werden. Die Programme und Muster und Regeln von Vater und Mutter und vom gesamten Umfeld, das wir haben in unseren ersten 7 Jahren. Und diese Menschen haben uns beigebracht, wer wir sind. Ich erinnere mich gut daran, dass unsere Kindergärtnerin mit der Geißel vor uns stand. Ich kann mich nur an Angst erinnern. Ich erinnere mich an Lehrer in der Grundschule, die uns noch schlagen durften, in die Ecke stellen durften, demütigen durften, unsere Hefte zerstören, unsere Schuhe aus dem Fenster werfen, mitten im Winter. Ich erinnere mich an Angst pur vor den Lehrern. Ja, sie sagten, die Menschen, die uns das beigebracht haben, wer wir sind, ja sie sagten uns vielleicht, wir seien nicht gut genug, wir würden ihre Zuwendung nicht verdienen und so weiter. Und solche Inhalte stecken dann in unserem Unterbewusstsein und bestimmen zu 95% unser Leben. Die 5% bewusster Geist, die wir haben, beschäftigen sich mit positivem Denken. Diese Hypothese stellen wir einfach mal auf. Doch wenn es im Unterbewusstsein dazu kein passendes Programm gibt, was wird daraus? Daraus wird nichts. Wir lesen einen Ratgeber, wir gehen auf ein Seminar, sind begeistert und davon überzeugt, jetzt wird sich unser Leben ändern, es wird sich alles ändern, alles wird anders werden. Doch die Veränderung erfasst bloß den bewussten Geist. Das Unterbewusstsein landet nicht auf diese Art und spielt da nicht mit. Da muss man mit anderen Techniken ran. Und die Techniken, die an 95% unseres Unterbewusstseins kommen, sind die wichtigsten. Der Körper umfasst 50 Billionen Zellen und Bakterien und es gibt darin einen Kulturträger namens Blut. Wenn wir die Chemie unseres Körpers ändern, ändern wir die Bestimmung unserer Zellen. Und diese Veränderung ereignet sich durch eine Veränderung in der Chemie und unser Gehirn mit unserem Geist. Ja, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Wenn du dir jetzt zum Beispiel deine Augen auf jemand richtest, den du liebst, werden lauter Bodenstoffe in deinem Blut ausgeschüttet, die für deinen Organismus Vitalität und Gesundheit bedeuten. Also werde dir der Bedeutung, dass du in der Lage bist, jemanden zu lieben, bewusst, was das auch mit dir macht, was es mit dir macht, wenn du liebst. Und jetzt gehen wir eine Stufe höher. Werde dir der Bedeutung bewusst, wenn du in der Lage bist, dich selbst zu lieben. Was passiert dann in deinem Kulturträger Blut, der wiederum die Zellen informiert? Wenn du jedoch deine Augen auf etwas richtest, vor dem die Zellen informiert. Wenn du jedoch deine Augen auf etwas richtest, vor dem du dich fürchtest, werden dann Stresshormone in deinem Blut ausgeschüttet und der Einfluss dieser Bodenstoffe bedeutet über lange Zeit dann irgendwann Krankheit und Tod. Also wenn du jetzt vor dem Spiegel stehst und deinen menschlichen Körper betrachtest, siehst du ja ein einziges Lebewesen und in Wahrheit besteht dein menschlicher Körper aus 50 Billionen Zellen und 50 Billionen Bakterien. Und was dabei sehr wichtig ist, ist, dass jede dieser Zellen ein Äquivalent zu einem fühlenden, lebenden Organismus ist. Du bist nicht ein Ding. Du bist eine Gemeinschaft von intelligenten Wesen namens Zellen. Ihnen gehört mein Respekt, meine Achtung. Zellbiologen haben jetzt herausgefunden in ihren Forschungsarbeiten, dass jede Zelle im Wesentlichen die gleiche Funktion besitzt, die auch ein Mensch hat. Das heißt, jede Zelle ist so funktional und ein solches Äquivalent, dass man sagen könnte, jede Zelle ist ein Miniaturmensch. Und zusätzlich dazu leben die Zellen in einer Gemeinschaft und sie haben diese wunderbare Technologie, die sie verwenden, um einen menschlichen Körper zu schaffen. Und diese Technologie haben sie und beherrschen sie. Und somit ist der menschliche Körper eigentlich eine sehr fortschrittliche Form der Technologie, die von unseren eigenen Zellen geschaffen wurde. Also diese Zellen sind so intelligent und in der Tat sind einige der Technologien im Körper, weige der Technologien im Körper, weit fortschrittlicher als die Technologie, zu der wir Menschen derzeit fähig sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie sehr wird diese Intelligenz ignoriert? Es wird den Menschen, ja, die Selbstheilungskraft, völlig abgesprochen. Ja, ich bin beeindruckt von diesen kleinen Wesen, die niemand wirklich wahrnimmt, wegen ihrer Intelligenz und der Fähigkeit, in einer solchen tollen Gemeinschaft, in einem Körper zu leben und darin Harmonie und Gesundheit zu erschaffen. Ja, und genau sie, die Zellen, sind mir so wichtig in all meinen Strategien und dafür habe ich viele Möglichkeiten geschaffen, viele Gedanken und Projekte, Kuren zu machen, Regenerationen zu schaffen, Entgiftungen hervorzurufen. Also das Konzept der Zelle inspiriert mich wirklich ungemein. Und betrachten wir mal die Art, wie sie als Individuen in einer so großen Gemeinschaft leben, das Leben einer Zelle im Allgemeinen. Also Biochemiker, Genetiker, Zellbiologen arbeiten und forschen an der Mechanik und der Chemie des Lebens. Was ich erwähnen möchte, ist, dass viele von ihnen kein bisschen spirituell sind. Das bedeutet, in diesem Bereich ist das Konzept von Geist wirklich nicht relevant. Es ist nicht nötig, um Biologie zu verstehen. Also zumindest dachten das die meisten von ihnen. Da hat sich auch was getan. Als sie die Natur der Zelle dann verstanden haben, also wie sie funktioniert, realisierten sie an einem gewissen Punkt, dass es einen Teil von ihnen gibt, der nicht ihr Körper ist. Das Konzept, meinem eigenen Körper. Ja, es ist die Energie aus dem Verständnis, dass es uns wieder die Quantenphysik gibt. Ein Teil von dem, was sie die Quantenphysiker als das Feld bezeichnen, das Energiefeld. Und sie haben herausgefunden, dass wir unseren Körper nur spielen, dass unsere Identität nicht in unseren Zellen ist. Und wie erklärt es die Quantenphysik? Dass deine Zellen eine tatsächlich Antennen auf der Oberfläche haben, wie so kleine Mini-TV-Antennen, die eine Welle einfangen und es dann umsetzen in ein Bild, in eine Sendung. Und dass du die Sendung bist. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat auf seinen eigenen Zellen ein anderes Set von Antennen, von Empfängern und Sendern. Und viele Empfängern und Sendern. Und viele dieser Antennen sind Selbstrezeptoren, die Empfänger des Selbstes. Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Denn wir sprechen ja oft von dem in die Welt bringen des eigenen Selbstes. Das Selbstkonzept, die Selbstliebe, die Selbstachtung, das Selbstrespekt. Also das heißt, das Selbst, das Konzept meines Selbstes braucht Rezeptoren. Die Idee über mich selbst braucht Rezeptoren, die das Konzept, das ich von mir habe, überhaupt empfangen können. Das ist ein Ball, den ich persönlich weiterrollen werde, weil es, glaube ich, für mich fehlt auf Fragen. Also als ich das zu verstehen begann, begann ich natürlich auch zu erkennen, dass meine Identität, mein Bewusstsein etwas von meinem physischen Körper getrenntes ist. Und das ist bei dir, Anne, genauso. Und dass nur durch ihn du deinen, ich meinen Körper spielen kann und du deinen Körper spielen kannst oder leben kannst. Also ich erkannte, dass meine Identität eine Art von Information war, die von außen eingespielt wurde über meine Selbstrezeptoren. Also meine Identität kann ja sehr unterschiedlich sein. Wir haben alle eine Identität und ein Selbstbild geschaffen, wo wir bestimmten Glaubenssätzen anhängig sind. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht intelligent genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht geliebt. Und so vieles mehr. Und ich bin da quasi gar nicht drin in diesem Körper. Ich bin außerhalb. Und das meine ich auch mit meiner Aussage, du bist nicht dein Körper. Du hast einen Körper. Wow, ich existiere sowohl als geistiges Wesen als auch als Körper. Und du, Anne, hast mich gefragt, ja, wozu haben wir beides? Wozu Geist und einen Körper haben? Ja, Anne, wenn du nur Bewusstsein wärst, dann Hand aufs Herz, wie würde denn Schokolade schmecken? Wenn du nur Bewusstsein wärst, wie würde ein Sonnenuntergang aussehen für dich? Wenn du nur Geist wärst, wie würde sich Liebe anfühlen? Wie fühlt sich Liebe an? Ja, dein biologischer Körper ist fast eine virtuelle Reality-Show oder ein Anzug, damit deine Identität in die Zellen kommt, in die Zellen gerät. Und die Funktion deiner Zellen ist es, die Information aus der Umwelt durch dein Nervensystem zu übersetzen. Das Nervensystem übermittelt ja dann auch an unser Hormonsystem, ja, die Informationen in Schwingungen zu übersetzen, dass wir diese Informationen dann auch spüren. Wie schmeckt die Schokolade? Wie sieht der Sonnenuntergang aus? Und wie fühlt sich die Liebe an? Die Funktion von Zellen ist, Sinne bereitzustellen. Wir brauchen die, sonst können wir das alles gar nicht wahrnehmen. Wir brauchen unseren Sehsinn, unseren Geruchssinn, unseren Tastsinn, ja, unseren Geschmackssinn. Wir brauchen unsere Vision von Schmerzen, von heiß, von kalt, einfach all diese Arten von Sinneswahrnehmungen, die wir ja alle haben. Ja, sie sind im Grunde genommen alles die Übersetzungen der Umwelt, in der wir leben, durch unsere Zellen, also durch unsere Sinneszellen. Und dann die Umwandlung dieser Informationen, die dann in elektromagnetischen Schwingungen von unserem Gehirn gesendet werden, aufgenommen werden und gesendet werden. Weißt du, Anne, wenn du am Leben bist und einen Körper hast, dann ist es die Funktion deines Körpers, die Welt um dich herum wahrzunehmen. Und was wäre der Rückschluss? Wenn du nicht dein Körper bist, er ein Instrument ist, die Welt überhaupt wahrnehmen zu können, bist du auch nicht, du auch nicht deine Krankheit. Du hast einen Körper und du hast ein Projekt namens Krankheit in dein Leben gezogen, aber du bist nicht dein Körper und du bist nicht deine Krankheit. Ja, öffne, öffne dich und erlebe mit all deinen Sinnen dein Leben, deine Welt und die Möglichkeit, die dir die Welt letztendlich bietet. Danke auch deinen Zellen. Ja, auch sei anerkennend für die wunderbaren Dinge, die sie für dich und dein Leben zur Verfügung stellen. Und das sind all die wunderbaren Empfindungen, die durch unser Nervensystem kommen. Ja, nun, ich benutze ja oft das Wort geistig im Sinne der Definition, einer Definition der Physik. Und was ist für die Physiker ein Feld? Es ist eine sehr einfache Definition. Eine Definition des Feldes in der Physik ist die unsichtbaren, bewegenden Kräfte, welche die physische Realität gestalten. Ja, was ist Geist dann? Und was bedeutet Geist? Es ist genau dasselbe. Geist sind jene unsichtbaren, bewegenden Kräfte, die unsere physische Realität gestalten. Ja, die Quantenphysiker, Zellbiologen erkannten dann irgendwann, dass die Energie des Feldes, das sie in ihren Forschungen dann erkannten, gleichbedeutend ist mit dem Wort Geist. Ja, und so kommen im Moment Wissenschaft und Spiritualität zusammen in dieser Zeit, in der Zeit der Evolution, in der wir gerade sind. Also was stört deine Zellen? Es war nicht die Genetik, wie die Versuche gezeigt haben, weil sie alle genetisch identisch waren, die Zellen. Das Einzige, was anders war, war die Trägersubstanz, war die Umwelt. Der Glaube, den über das Blut jede Zelle informiert, dass die Gene unsere Biologie steuert, stellt sich einfach als unwahr heraus. Danke fürs Zuhören. Möchtest du kein Thema mehr verpassen, was ich einstelle, weil du es interessant findest, weil es dich weiterbringt oder dich inspiriert, dann abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und ich wünsche noch einen schönen Tag. Da war die Lisa. Da war die Lisa. Das war die Lisa. Bis zum nächsten Mal.